GNTM-Model krass verändert, wer feierte so sein Insta-Debüt? Der Unterschied ist nicht zu übersehen. Lisa G. 21, ist als Sport-Queen aus der 9. Germanys Next Topmodel-Staffel bekannt. Normalerweise postet sie in den sozialen Netzwerken Bilder von ihren harten Gym-Übungen. Für die Muckis musste das Model jedoch hart arbeiten – noch vor wenigen Jahren sah ihr Körper ganz anders aus. Ihre radikale Veränderung konnten ihre Follower im Netz verfolgen. Auf ihrem Instagram-Profil feierte die ehemaligen Blondine vor vier Jahren ihr Debüt mit einem super niedlichen Bild. Mit langer blonder Mähne blickt das zierliche Mädchen schüchtern in die Kamera. Damals war die Ex-Kandidatin mit ihrem geringen Gewicht sehr unzufrieden. Sie fühlte sich zu dünn und schwach. Vor ein paar Jahren entdeckte sie schließlich den Sport für sich und intensivierte ihr Training. Mit mehr Muckis auf den Rippen fühlt sich der Fitness-Webstar Pudel wohl von Unsicherheit ist heute nichts mehr zu spüren, sie strahlt bis über beiden Ohren mit ihrer heißen Figur und ermutigt ihre Fans zu mehr Sport und Selbstbewusstsein. Auch ein paar Fans haben sich das vier Jahre alte Bild noch einmal angeschaut. Deine Veränderung ist ja der Wahnsinn! Oder was für eine Veränderung lauten nur zwei der durchweg positiven Kommentare, die Verwandlung zur selbstbewussten Frau feiern. Ausfall 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 Bis zum nächsten Mal.